Ich werde gleich umfänglich über die Technikgeschichte des Okkulten referieren. Danach lese ich zwei Kapitel aus meiner Dissertation über unsichtbare Mechanismen der Öffentlichkeit, gefolgt von einer Eloge über den technischen Äther. Dann haben wir Zeit zum Diskutieren. Ja, vor knapp zehn Jahren veranstaltete der Fachbereich Informatik und Gesellschaft eine Tagung, die sehr ähnlich zu diesem Tagungsthema war, Transparenztagung. Die Tagungswebseite selbst ist allerdings ihrerseits wieder sehr transparent geworden. Man findet sie nur noch über die Wayback-Maschine des Internetarchivs. Ich hatte heute auch bei der GI nachgefragt. Dort findet sich immerhin die Pressemitteilung. Eine der zentralen Forderungen, die man dort lesen kann, klingt jedoch sehr hilflos, möchte ich sagen. Zitat von der Pressemitteilung vom 31. Mai 2007. Die Bürger müssen die Hoheit über ihre Daten dauerhaft zurückerhalten. Um dies zu erreichen, müssen Gesetze und Verwaltungsgefahren entsprechend umgestaltet werden. Zurückerhalten, umgestaltet. Also da scheint irgendwas verloren gegangen zu sein. Also die Aufregung damals, ihr werdet euch vielleicht erinnern, wenn nicht, könntest du es dann notfalls in der Wayback-Maschine nachlesen, war Elena, der im elektronischen Einkommensteuernachweis unverbunden noch andere behördliche Datensammelstellen. Also die Hoheit über die eigenen Daten sei schon längst verloren. Die Kontrolle durch Transparenz, Transparenz durch Kontrolle, eine unerfüllte Forderung. Und wenn ich hier mal so umgucke, ich sehe auch tatsächlich ein paar Teilnehmer der damaligen Tagung in Adlershof und dem Gesichtsausdruck zu urteilen nach, sehen sie die Forderung immer noch nicht erfüllt. Was natürlich auch, Stefan Hügel hat das eingangs gesagt, auch daran liegt, dass 2013 mit den Snowden-Enthüllungen und den ganzen Geheimdienstkomplexen eine noch unfassbare Dimension sichtbarer geworden ist. Und die GI, muss man vielleicht selbstkritisch sagen, ist da nicht so sensibel wie das FIF, was diesen militärisch-industriellen Komplex betrifft. Insofern freut es mich, dass wir hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen werden. Ja, der Verdacht, dass sich hinter der schönen neuen Welt irgendetwas Düsteres oder zumindest Geheimnisvolles stecken muss, das gab es natürlich schon früher, also schon vor 2007. Es ist eine Grundbedingung des vernunftbegabten, neugierigen Menschen, also sich zu fragen, was denn das alles hier soll, das Leben, das Universum und der ganze Rest. Also die ganzen Mythenbildungen beruhen alle auf so einer geheimnisvollen anderen Welt, die wir so erstmal nicht erschließen können. Also zumindest bis die bis dahin unmündigen Bürger von einer Frucht des Erkenntnisvermögens naschen und entsprechend vertrieben werden. Oder von einem Prometheus, ein Feuer, damit sie auf einmal auch selber Werkzeuge herstellen, geliefert bekommen. Naja, aber vielleicht das Geheimnisvollste an sich ist, dass wir die verborgenen Gedanken, die wir in unserem Kopf mit uns tragen, veräußern können. Also mithilfe von Rede, Bild, Schrift und Zahl. Ich glaube, das war, glaube ich, ein Meilenstein, die Entwicklung der Medien, dass wir uns mitteilen können, dass wir merken, ich bin doch nicht allein in meinem Kopf. Vielleicht ist da ja jemand anderes und wir können uns ineinander hineinversetzen, so die Hoffnung. Also die Exegese sogenannter Heiliger-Schriften, egal in welchen Mythen und von welchen Völkern auch immer. Das Betreiben von Zahlenmystik oder das lautgesprochene Om. Alles soll helfen, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Hier der Wanderer, der naive Wanderer am Weltenrand. Das ist ein sehr berühmter Holzstich und wahrscheinlich ziert ihn jede Präsentation, die sich mit versteckten Welten beschäftigt, auf die eine oder andere Art und Weise. Camille Flammarion berichtet 1888, dass der naive Mönch des Mittelalters eine Stelle entdeckt, wo sich Himmel und Erde noch nicht fest miteinander verschweißt sind. Also die Schweißnaht irgendwie locker war. Flammarion nutzt durchgehend eine technische Sprache. Also er spricht von Schweißnaht, er spricht von Kuverkle, also einer Luke, einer Wartungsklappe, die man öffnen kann, um dann eben die verborgenen Mechanismen zu sehen. Und ja auch das Wort Himmelsgewölbe, was wir ja schon länger benutzen, ist ja auch ein technisches, also in dem Fall ein architektonisches. Mit diesem Holzstich hat er eine populärwissenschaftliche Abhandlung über die Wetterbeobachtung illustriert. Und dort schreibt er auch über die faszinierende Tatsache, dass wir tagsüber unsere Atmosphäre dank unserer Sonne sehen können, eben als blauen Himmel. Aber nachts sie ihren Blick freigibt, transparent wird. Indem wir in den blauen Himmel blicken, blicken wir zurück auf unsere Erde, die Atmosphäre als Teil der Erde. Zumindest wird das von den meisten Menschen so akzeptiert. Wir haben ja über die Entwicklung der Klimaskeptiker auch schon gesprochen. Ja, nachts sehen wir nicht nur die Sterne, wir sehen mit bloßem Auge auch Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und natürlich den Mond. Momentan sind wir ein paar Tage vor Neumond, also ungefähr so wie in der unteren Abbildung in der Mitte, wenn ihr euch das rotiert vorstellt, denn die Abbildung zeigt eigentlich einen zunehmenden Mond und keinen abnehmenden Mond. Aber es wäre auch zu schön gewesen, wenn Galileo 1609 gerade unsere Mondphase erwischt hätte. Im ersten Band des Surkamps Verlags in der Editionsreihe lässt Bertolt Brecht den berühmten Galilei seine Erfindung anpreisen. Und das möchte ich zitieren, weil es sehr zeitlos ist. Galilei, mit tiefer Freude und aller schuldigen Demut kann ich Ihnen heute ein vollkommen neues Instrument vorführen und überreichen. Mein Fernrohr oder Teleskop, angefertigt in ihrem weltberühmten großen Arsenal nach den höchsten wissenschaftlichen und christlichen Grundsätzen, Frucht 17-jähriger geduldiger Forschung ihres ergebenen Dieners. Galileo tritt dann von dem Fernrohr zurück und lässt die Venture-Capitalists und CEOs von Venedig durchschauen. Leise flüstert er seinem Freund Sagredo zu, ich kann dir nicht versprechen, dass ich diesen Karneval hier länger durchstehen werde. Die meinen hier, sie kriegen einen einträglichen Schnickschnack, aber es ist viel mehr. Ich habe das Rohr gestern Nacht auf den Mond gerichtet und stell dir vor, pockennarbig, er leuchtet nicht von selbst. Und sie werden von den Ratsherren unterbrochen, die das Fernrohr auf sehr weltliche Dinge gelenkt haben, nämlich speisende Frauen, badende Frauen und sich höchst erfreut über diese Erfindung zeigten. Galilei wird die Freude trüben, denn obwohl er die holländische Erfindung nach christlichen Grundsätzen angeblich verbessert haben will, so stellt er doch kirchliche Dogmen fundamental in Frage. Der Mond war keine perfekte, leuchtende Kugel, sondern pockennarbig mit Tälern und Bergen. Was der Mond der Erde ist, ist die Erde dem Mond. Die Verurteilung von Galilei fiel in das Pontifikat von Papst Urban VIII., der eigentlich ein Freund der Wissenschaft und Kunst war, sich aber gegen eine geheime Organisation innerhalb seiner Organisation nicht stellen konnte und wollte. Die Inquisition war so mächtig, dass er gezwungen war, ein Streitgespräch mit seinem Inquisitor zu führen. Zitat Aber ich kann noch nicht die Rechentafel zerbrechen, darauf erwiderte Inquisitor, dass es die Rechentafel ist und nicht der Geist der Auflehnung und des Zweifels, das sagen diese Leute. Aber es ist nicht die Rechentafel, sondern eine entsetzliche Unruhe ist in die Welt gekommen. Es ist die Unruhe ihres eigenen Gehirns und diese übertragen sie auf die unbewegliche Erde. Sie schreien, die Zahlen zwingen uns, aber woher kommen ihre Zahlen? Jedermann weiß es, dass sie vom Zweifel kommen. Und in dieser Logik ist auch alles, was wir mit diesem Produkt des Zweifels, nämlich dem Teleskop erblicken, ja auch wiederum vom Zweifel genähert. Das Instrument liefert uns Daten, aber wir können die Daten nicht überprüfen, ohne wieder das Instrument anzuwenden. Also es ist eine sehr frühe Formulierung dessen, was wir später informationelles Vertrauen nennen oder Herausgeber eines gleichnamigen Buches ist, den ich hier gerade im Publikum sehe. Knowledge brings fear, also Wissen führt zu Angst, so lautet das Motto der Marsianischen Universität in der Trickfilmserie Futurama von Matt Gröning. Auch im Theaterstück wird die bedingungslose Publizität aller Erkenntnisse als etwas Schreckliches dargestellt. Die hart arbeitenden, armen und nicht selten früh Verstorbenen fühlen sich durch einen Gott liebevoll umsorgt. Wenn sie nun erfahren, dass der feste Grund, auf dem sie stehen, sich plötzlich drehen soll, wenn sie nun erfahren, dass ihr Gott, an den sie für unfehlbar hielten, auch noch mies in Mathe und Physik waren, woran sollen sie sich denn dann noch halten? Unser Innenminister übrigens wird ein paar Jahre, Jahrhunderte später etwas sehr Ähnliches sagen, wenn es um die Wahrheit und der verbundenen Beunruhigung der Bevölkerung geht. Also manche Argumente sind anscheinend zeitlos. Ganz von der Hand zu weisen ist das Argument natürlich auch nicht, denn neue Erkenntnisse, besonders auf technischem Gebiet, werfen stets neue Zweifel an vorherrschenden Weltbildern und Menschenbildern auf, gerade technische Artefakte. Also wenn man sich beim Ackerbau plötzlich den Menschen als Lehm vorstellt oder sowas, ist das kein Zufall. Also die Mythen, die leben davon, auch von den technischen Erfindungen. Oder dass der Descartesche Homunculus durch geschliffene Linsen blickt, das ist einfach der damaligen Zeit geschuldet. Auf der Abbildung hier seht ihr drei Automaten, die einige Berühmtheit erlangt haben. Der Flötenspieler links, der Trommler rechts, aber kein Automat hat sich in den intellektuellen Zirkeln, in den Gesprächen so lange gehalten wie die Ente in der Mitte von dem Erfinder Jacques de Vaucanson. Der Sohn eines Handschuhmachers und stellte der französischen Akademie der Wissenschaften 1738 erst den Flötenspieler vor und dann im Anschluss seine Ente. Die Ente konnte mit den Flügeln schlagen, Kopf wie Bürzel bewegen und imitierte auf sorgfältigste auch alle weiteren Funktionen ihres tierischen Pendants, wie der Erfinder selbst in einem Brief an einen gewissen Labbé de F schrieb. Sie reckte ihren Hals, um einem Korn habhaft zu werden, sie schluckte und sie verdaute es. Der ganze Vorgang der Verdauung ist sehr detailliert beschrieben mit der Entsprechung in der Feinmechanik. Also am Ende schied die Ente tatsächlich etwas aus, was als Verdauungsprodukt durchgehen konnte. Und das war eigentlich diese Wissenschaft zum Greifen nahe. Eine Ente verdaut die Metamorphose von Korn zu Kot. Goethe war einige Zeit später regelrecht enttäuscht, als er die Automaten um 1805 bei Gottfried Bayreis sah. Er schreibt, Zitat Goethe, Die Ente, unbefiedert, stand als Gerippe da, fraß den Haber noch ganz munter, verdaute jedoch nicht mehr. Also man kann richtig dieses, die eigentliche Schau, die funktioniere wohl nicht mehr so. Dass Goethe nur ein Gerippe vorfand, war übrigens nicht allein dem Alter der Ente geschuldet. Vaucanson hat die Ente tatsächlich so konstruiert, dass man hineinblicken konnte, weil er war ja so stolz auf diese Feinmechanik. Er wollte das nicht verbergen, als ein künstliches Wesen darstellen, sondern er wollte Uhrmacher werden. Also er wollte seine Skills der Öffentlichkeit präsentieren. Und auch der Zensor des Buchs zur Ente sozusagen äußert sich sehr, betont ausdrücklich, dass mit dem vorliegenden Buch das Interesse der Öffentlichkeit befriedigt sei. Wenn ich jetzt Zensor sage, bekommt mich so ein ungutes Gefühl, weil Zensor natürlich jetzt sehr negativ besetzt ist. Wir halten der Öffentlichkeit etwas vor. Aber damals ist es eher, vielleicht würden wir heute sagen, kuratiert, wenn es um populärwissenschaftliche Bücher geht. Also die Frage ist halt, ja, Zensur war eben früher noch nicht negativ besetzt. Und wird es vielleicht auch später nicht mehr. Wir werden es erleben. Wir werden auch vielleicht ein paar Vorträge dazu hören. Der Erfinder selbst wandte sich dann den automatisierten Webstühlen zu. Und ich muss zugeben, dass ich am Anfang meines Informatikstudiums, ich sehe auch ein paar meiner Kommilitonen da, denen es vielleicht ähnlich ging, nicht recht wusste, warum der Informatikprofessor da vorne etwas über Webstühle erzählte. Also rückblickend wüsste ich allerdings gar nicht mehr, wie ich ohne den jacquatschen Webstuhl etwas über Informatik und Gesellschaft erzählen soll. Also beispielsweise die Baute, die nie gebaute, Baute, die nie gebaute Analytical Engine von Charles Babbage genau auf dieses Lochkarteneinlesesystem. Karl Marx wird dann die Schriften von Babbage aufgreifen und wiederum zu seinen Ideen verspinnen. Also die industrielle Revolution und die Herausbildung einer Arbeitergesellschaft als essentieller Bestandteil einer frühen Erfindung und jetzt in der konsequenten Fortentwicklung zur Industrie 4.0 nahm ihren Ausgangspunkt dort. Und die vielleicht doch eher herbeigeredete 4. industrielle Revolution, ausgelöst durch die Vernetzung der allgegenwärtigen informationstechnischen Systeme, fokussiert die Information. Wir Informatiker als neue Pythagoreer, wir sind ja so begeistert, alles ist Information, alles ist Binärzahl. Webmuster im Tuch, Information. Hunger und Armut, ein Verteilungsproblem, ein Optimierungsproblem, also Information. Zugang zu sauberem Trinkwasser, Wissen, also auch Information. Also mit dieser größenwahnsinnigen Annahme, dass alle Probleme der Menschheit irgendwie berechenbar und damit auch in einem gewissen Maße lösbar sind, geht die nicht minder irrsinnige Annahme einher, dass wir uns dieser Probleme tatsächlich annehmen, dass wir diese Probleme auch wirklich lösen wollen. Also wenn die Spinning Jenny beispielsweise die Produktivität vervielfacht hat, sodass nun ein einzelner Spinner einen Weber versorgen konnte, heißt das im Umkehrschluss, dass sieben Spinner arbeitslos wurden. Wenn Industriemaschinen in Fabriken immer einfacher zu bedienen sind, heißt das, dass es Kinderarbeit erleichtert. Es heißt auch, dass Arbeiter austauschbar werden. Ich zögere gerade, weil ich mich jetzt, ich sehe eine Plagiatsjägerin hier, deswegen muss ich sagen, dass ich jetzt zitiere einen eigenen Text von mir, den ich schon mal über das Thema geschrieben habe, also Selbstzitat. Ganze Regionen der Erde verwandeln sich in die hässliche Kehrseite der schönen neuen Digitalwelt. Wenn auf IT-Fachmessen wie der Hannover Messe von Industrie 4.0 gesprochen wird, so sollte man dies nicht als Modewort auf einem Buzzword-Bingo-Feld abtun, sondern als Warnung begreifen. Die Industrie 1.0 war vielleicht nicht allein, aber sicher nicht zuletzt für die entstehende Armut eines großen Teils der Arbeiterschaft und Landbevölkerung verantwortlich. Bequemerweise zeigt sich der Pauperismus 4.0 jedoch nicht hierzulande, sondern weit ab in der Social-Media-Sphäre. Ja, leider konnten wir in diesem Jahr keinen Workshop zu Faire Computer anbieten vom FIF aus. Der Text entstammt aus dem Blog fairecomputer.de und ich muss jetzt wahrscheinlich dann doch mich bei Kronos entschuldigen und in die Jetztzeit springen und dieses Satellitenbild zeigen. Was hier gezeigt wird, ist ein gigantischer, riesiger Giftsee, ein See aus Giften. Der Journalist Tim Morgan schrieb vor ziemlich genau einem Jahr in BBC Future über diesen schrecklichsten Platz auf Erden. Tim Morgan besichtigte zusammen mit der Gestaltergruppe Anno & Fields Division die größte industrielle Siedlung in der inneren Mongolei, Bautu. Die weltweit größten Vorräte an Metallen der sogenannten seltenen Erden finden sich genau dort. Also genau die Elemente, die der Mensch so dringend für seine elektronischen Gadgets wie Tablets, Smartphones und dergleichen benötigt. Hier oben im Titel der Folie habe ich mal die GPS-Koordinaten angegeben, um auf diesen Doppelcharakter hinzuweisen. Es ist einerseits dem Diskurs völlig entzogen. Also wir sprechen nicht über faire Computer im gleichen Ausmaß, wie wir über fairen Kaffee oder so etwas sprechen. Also es gibt Fair Computing so nicht. Auf der anderen Seite sind die Folgen tatsächlich sichtbar. Ich meine, ihr könnt selber auf, entweder, das ist jetzt von Google Maps genommen, aber es gibt sicher auch andere Anbieter von Satellitenbildern, wo ihr das mit diesen Koordinaten sehen könnt oder vielleicht sogar selbst hinfallen. Und selbst die optimistischsten Technikliebhaber müssen sich eingestehen, dass wir bei all diesem ganzen Gerät über Industrie 4.0 nichts an den drängenden Problemen der Menschheit irgendwie angegangen sind. Zumindest nicht in den ärmsten Regionen der Welt. Im Gegenteil. Fruchtbares Ackerland wird gerade eben vernichtet. Naja, vielleicht um es optimistisch immer zu schließen und nicht auf die Technik einzuschlagen. Natürlich gibt es positive Beispiele. Die Aufklärung, das Projekt, unser Langzeitprojekt der Aufklärung kann vielleicht durch Technik ein wenig vorangebracht werden. Und ganz konträr zur Erwartungshaltung beim Thema Aufklärung gehe ich nicht auf Kant, Kaffeehäuser oder Kontroversen der Öffentlichkeit ein, sondern auf Jeremy Bentham. In seinem Entwurf eines Kontrollhauses, Panoptikum genannt, zeigt sich sein aufklärerisches Spiel mit dem Spannungsfeld geheim, öffentlich, opak, transparent, security, safety. Obwohl das am Anfang eigentlich nicht ganz so ernst gemeint war und es wurde auch mit einem Husten zumindest quittiert, dass das als Scherz zu verstehen war, werde ich doch wohl aus meiner Dissertation zitieren, obwohl ich nicht weiß, ob meine Promotionsordnung das zulässt, weil ich sie zwar schon eingereicht habe im Sommer, aber meine Gutachter noch kein Gutachten dazu geschrieben haben, dass Promotionsverfahren also noch nicht abgeschlossen ist. Ich werde es trotzdem zitieren. In seinen Briefwechseln behandelt der Aufklärer Bentham einen zentralen Punkt der politischen Philosophie. Quiz custodies ipsos custodes. Also who watches the watchers oder wer bewacht eigentlich die Wächter? Und es greift zu kurz das Panoptikum nur auf den Entwurf dieses Gefängnisses zu reduzieren. Also er hat ja sich zum Beispiel auch Gedanken zu Krankenhäusern, zu Schulen gemacht. Aber selbst wenn wir hier dabei bleiben, so greift es zu kurz, das als architektonisches Projekt zu sehen. Nicht nur zu Benthams Zeiten waren Gefängnisse schreckliche Orte, gerade für die Gefangenen. Also Machtmissbrauch der Wärter, kein Zugang zu sauberem Trinkwasser und, und, und. Wenn Bentham also fragt, wer denn die Wächter bewacht, so spielt er damit nicht auf ihre Unfähigkeit oder Unlust an, sondern auf den Machtmissbrauch. Zitat Bentham. Die Kontrolle der Macht durch die Untergebenen wird gehörig sein und um nichts weniger straff die Kandarre, an welche die Kriminalität genommen wird. Den Unschuldigen wird das ein Schild sein, den Schuldigen eine Geißel. Die Ausführungen übrigens über die Kontrollen der Kontrolleure nehmen einen weit größeren Platz ein als den über die Kontrolle über die Gefangenen. Aber wir kennen Bentham ja nur über Foucaults Schatten und deswegen als Schreckensbild und das Pornoptikon und wie, wie furchtbar. Doch er spielt die Fälle durch. Wie könnte denn so eine Gefängnisinspektion im idealen Fall aussehen? Er sagte, Zitat Bentham, So wie dieser Plan des Gefängnisses die Unannehmlichkeiten für die Aufsichtsbeamten eben dieser Gefängnisse senkt, so erhöht er kaum weniger auch die Effizienz ihrer Arbeit. Mag der Besuch des Aufsichtsveramten auch vollkommen ohne vorherige Ankündigung erfolgen, mag er auch noch so flink vorgehen. In allen anderen Fällen wird doch immer genug Zeit bleiben, die wahre Lage der Dinge zu verschleiern. Nur eine nach der anderen dieser 900 Zellen kann er besuchen, während in der Zwischenzeit andere, die sich womöglich in einem üblen Zustand befinden, eilig zurechtgemacht werden. Und auch die Häftlinge können eingeschüchtert sein und instruiert werden, wie sie ihm zu begegnen haben. Also in einer weiteren Iteration der Wächter, der Wächter, der Wächter und so weiter sollen die Türen der Einrichtung der Gesamtheit der Schaulustigen, diesem großen offenen Gremium des Gerichtshofs der Welt offenstehen. Die Öffentlichkeit als Kontrollinstanz gegen den Machtmissbrauch. Garant für sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen. Keine Gewalt und seelische Gewalt körperlicher Natur oder seelischer Natur. Nirgends. Bentham liest sich nicht als der Vordenker des Orwellschen großen Bruders. So wie Foucault ihn eben darstellt über diesen Entwurf. Jeremy Benthams Panoptikum war ein Projekt der Aufklärung. Und das wird eben genau dann deutlich, wenn er über Schulen spricht und über Krankenhäuser und über dieses Prinzip der Bewacher, der Bewacher, der Bewacher. Und letztlich eben der Aufklärung der interessierten Öffentlichkeit. Also euch. Die Verletzung des Geheimnisses als Schild oder als Geißel, dieses Motiv werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal auf der Tagung hören werden, in mehreren Vorträgen behandeln. Beispielsweise Amnesty nutzt die Brieföffentlichkeit als Schild. Und Edward Snowden floh in die publizistische Öffentlichkeit, auch als Schild. Und er verbarg Staatsgeheimnisse mit Hilfe von öffentlichen Kryptoschlüsseln. Als ich Glenn Greenwalds Buch No Place to Hide in der Hand hielt, da dachte ich erst, es ging auf diesen Angriff auf die Privatheit und es sei so ein Hilfeschrei und wir können uns nicht verstecken. Aber nach der Lektüre war mir klar, dass Greenwald das als Angriff gesehen hat, gegen die Geheimdienste. Jetzt there is no place to hide. Ihr könnt euch nicht länger zurückziehen. Ihr könnt euch nicht länger verstecken. Ganz im Duktus von Nio, im letzten Satz des Films Matrix. Also der Öffentlichkeit als großes Gremium, der Gerechtigkeit vielleicht im Politischen entspricht die Fachöffentlichkeit, also hier jetzt, als kleines Gremium der Tatsachenprüfung. Also beides sind Kontrollinstanzen. Hier, ich möchte noch ein Beispiel für Transparenz zeigen. Vaucanson setzte die Transparenz, ich hatte es gerade gesagt, zu didaktischen Zwecken ein. Allerdings ist ungefähr 100 Jahre später, sollte der französische Magier Jean-Eugène Robert Houdon die Vaucanson'sche Ente reparieren und fand dabei heraus, dass der Kot, also dieses Beeindruckende, die Ente, die verdaut etwas, dass der Kot im Vorfeld deponiert worden ist, in einem versteckten Beutel hinter dem Magen. Die Ente war also getürkt. Der Ausdruck getürkt geht mit dem in der Etymologie immer eingeschobenen vielleicht, eventuell, viele sagen, auf den sogenannten Schachtürken Wolfgang von Kempelens zurück. Der österreichisch-ungarische Hofbeamte stellte 1769 der europäischen Öffentlichkeit einen mechanischen Schachspieler vor, der in türkischer Tracht gekleidet an einem Schachmöbel seine Gegner besiegte. Kempelens löste dabei die mechanischen Probleme des Schachspiels, also die Bewegung einer Hand, das Führen und so, aber eben nicht die kognitive Dimension. Um einen Menschen beim Schachspiel zu besiegen, musste damals noch ein Mensch mit von der Partie sein. Also Kempelens selbst öffnete seine Türen auch gerne interessierten Personen, so wie hier auf der Abbildung. Aber spielen konnte die Figur nur, wenn die Türen auch zu waren. Ja, nee, klar. Ich glaube auch, dass sich Zeitgenossen, die sich damit ein wenig länger als nur so im Augenblick beschäftigt hatten, dass es ihnen klar war, dass sich in diesem weiträumigen Raum unten am Möbel jemand befinden musste, der die Strippen zog. Aber wir können es vielleicht auf heute übertragen, auf die versteckten Systeme. Hat Deep Blue wirklich ein Verständnis von Schachspielen? Also nur weil Schachcomputer Menschen besiegen können, können sie dann Schachspielen, so wie wir denken, dass Schachspielen ist. Ich las letztes Jahr über einen Sieger eines französischen Scrabble-Wettbewerbes, einen Neuseeländer, der kein Wort Französisch sprach. Er lernte einfach mit seinem fotografischen Gedächtnis alle zwei bis zehn buchstabigen Wörter auswendig und gewann. Und für seine Danksagung auf Französisch brauchte er einen Dolmetscher. Er konnte kein Wort Französisch und gewann die französische Scrabble-Meisterschaft. Kann er nun die französische Version von Scrabble spielen? Naja, auch dass Transparenz sich automatisch für Verständnis sorgt und abgesehen davon, dass wir Technikerinnen und Techniker das Wort Transparenz auch ganz anders benutzen, als es die Alltagsbedeutung eigentlich vorgibt, lieferte der Informatikpionier Josef Weizenbaum auch ein eindrucksvolles Beispiel mit nur wenigen Zeilen offenem Quelltext, hundert Zeilen, mehrere hundert Zeilen, schrieb er ein Chatbot namens Elisa. Und in dem Kreis muss ich ja nicht ausführen, was es sich mit Elisa auf sich hat, aber vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen, was ihn so entsetzte daran. Das war die Reaktion der Nutzerinnen und Nutzer dieses Systems. Sie vertrauten plötzlich ihre intimsten Gedanken einer Maschine an, als sei da jemand, obwohl sie ja gesehen haben, dass es Weizenbaum war, der mit wenigen Zeilen Quelltext da etwas hin programmiert hatte. Also wenn Menschen schon Bildschirmausgaben einem intelligenten Wesen zuschreiben, wo sie den Quelltext kennen, wie müssen sie sich erst verhalten bei Systemen, auf die wir gar keinen Zugang haben? Übrigens nicht mal die Programmierer. Mithilfe von biometrischen Systemen lässt sich sehr gut zeigen, dass die von Frieda Nake ausgerufene algorithmische Revolution eigentlich eine heuristische Revolution ist. Korrelationen ersetzen Kausalitäten. Bereits Alan Turing kritisierte die Entwicklung von elektronischen Computern, die immer mehr Operationen in ihrem Innern durchführen, ohne dass die zuvor zugrunde liegenden Probleme von Menschen gelöst wurden, by thought. Josef Weizenbaum greift in dem Dokumentarfilm Plug and Pray von Jens Schanze, den hier wahrscheinlich alle kennen. Und wenn nicht, dann müssen wir morgen oder übermorgen ein Screening organisieren. Derjenige, der früher etwas von einem Computer berechnet haben lassen wollte, musste ganz genau das Problem verstanden haben, zutiefst verstanden haben. Und heute scheint es genau umgekehrt sein. Also wenn er heute sagt, im Film heißt es vor zehn Jahren, wenn ein Problem nicht verstanden ist, gibt man es in den Computer ein, in der Hoffnung, der Computer löse es. Naja, da ich gerade in Elternzeit bin, kann ich mit eigenen Augen beobachten, wie sich so einjährige Kinder plötzlich entwickeln und Sprache entwickeln. Und egal, ob man ein Foto eines Dackels, Bleistiftzeichnung eines Bernhardinas zeigt oder die Pixelgrafik eines Schäferhundes im Computerspiel und nicht zuletzt der echte Pudel im Hausflur der Nachbarin, zu allem sagt das Kind, wow, wow. Also ohne, dass davor irgendwelche Regeln drin sind, das ist jetzt irgendwie so ein Hund. Also ich weiß auch nicht, ob da jetzt eine platonische Hundeidee im Kopf ist oder ob die ganze Wittgensteinsche Hundefamilie drin sitzt, das vermag ich nicht zu sagen. Und ich glaube, dass es niemand sagen kann. Aber das hindert Google und andere nicht daran, ihre Neural Networks Bildunterschriften generieren zu lassen oder eben zum Beispiel Gesichtserkennung zu betreiben. Und es funktioniert ja auch in 93 Prozent der Fällen, nur eben nicht in den 7 Prozent, wo es zu 100 Prozent nicht funktioniert. Hier sind eher die amüsanten Fehler auf der Folie abgebildet. Forscher haben in der Carnegie Mellon University eine Studie mit dem Titel Accessorize to a Crime Real and Stealthy Attacks on State-of-the-Art Face Recognition beschrieben, wie man mit speziell bedruckten Brillengestellen nicht nur seine Identität verschleiern kann, sondern sich tatsächlich als eine andere Person auszugeben, also die Identität eines anderen Menschen anzunehmen. Valentin Gröbners Schein der Person hat mich in der Vorbereitung ganz böse vom Bücherregal angeblickt, dass ich von Identitäten spreche, wo es doch eigentlich um Zuschreibungen geht. Und insofern freue ich mich, dass wir morgen einen Vortrag zur Biometrie hören, die genau auch solche Unklarheiten deutlich herausarbeitet. Ja, schon das Wort Gesichtserkennungssystem führt ja in die Irre. Da ist ja niemand, der was erkennen kann. Ein System erkennt ja nicht. Ein System rechnet etwas aus. Also was bei Leibniz böse Satire war, lass uns rechnen, wer recht hat, scheint nun einzutreten. Wir müssen uns keinen moralischen Konfliktsituationen mehr stellen. Wir rechnen einfach aus, was die gebotene Handlung ist. Oder noch besser, wir lassen ausrechnen. Naja, aber bei all dem, es ist verführerisch, auch gerade in diesem Rahmen jetzt den Technikkritiker zu geben, dass es, man bekommt sehr wenig Widerstand. Insofern möchte ich die verborgene Technik nicht als etwas allein Schlechtes darstellen. Also ich habe ja vorher schon versucht, Jeremy Bentham zu rehabilitieren in diesem Kreis, dass es eben nicht als Panopticon Big Brother gilt. Und jetzt versuche ich, weitere Beispiele zu finden. Naja, im Gegensatz zur Pfiff-Jahres-Konferenz vor zwei Jahren, die ebenfalls hier in diesen Räumen stattfand, wo wir auch sehr erschrocken waren, eben über diesen massiven Grundrechtsbruch der Geheimdienste, wollten wir eben ein Ausrufezeichen setzen und so bis hier und nicht weiter. Aber diesmal wollen wir als auch Organisatoren, also ich bin in einer sehr unangenehmen Doppelrolle, dass ich sowohl Vortragender wie auch später Moderator und Mitorganisator bin, also wir wollen diesmal lieber Fragezeichen setzen. Also nicht immer sagen, dass die von der Technik durchdrungene Welt, wie sie uns serviert wird, ist nicht per se, nur weil sie transparent ist und uns nicht einsichtig per se schlecht. Denn die Motive, Technik zu verbergen oder zu offenbaren, können ganz unterschiedlicher Natur sein. Eine Leitfrage dieser Konferenz ist daher wahrscheinlich auch, wie viel Transparenz ist nötig und wie viel Transparenz ist ohne Funktionseinbußen möglich. Und eine diskursanalytische Herangehensweise könnte darin bestehen, nicht nur die Technik, sondern auch die Akteure in entsprechenden Machpositionen sowie die zugrunde liegenden Techniken, Normen, pardon, zu betrachten. Manche Akteure verstecken und verschleiern ihre technische Funktionsweise mit Absicht. Sie alle kennt dieses Security by Obscurity. Andere wiederum legen das offen, so wie Bentham, der dann eher so ein Safety by Publicity oder so etwas betreibt. Und wieder andere sind durch rechtliche Anforderungen, die nicht zuletzt historisch gewachsen sind, auch dazu gezwungen, der Staat etwa im ganzen Bereich des Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Und nicht zuletzt dient das Verbergen komplexer Vorgänge auch der besseren Bedienung informationstechnischer Systeme. Hier auf der Folie sehen wir den kleinen außerirdischen Stu, der gerade seine Abschlussprüfung in Alien Abduction abgeben muss. In dem Pixar-Kurzfilm Lifted von 2006 sieht man ihn vor einer Konsole mit tausenden identischen kleinen Schaltern sitzen. Und er muss nun die richtigen drücken, um einen Menschen aus seinem Bett zu entführen und in das Raumschiff hoch. Man beachte übrigens auch das aufgeschlagene Handbuch. Da sind tatsächlich auch nur so Schalterpositionen kommentarlos abgebildet. Also nur so viel. Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere daran erinnert. Im Ankündigungstext habe ich ja den Kodak-Werbespruch von George Eastman aus dem Jahre 1888 You press the button, we do the rest als Vorlage genutzt, um auf die firmenverschuldete technische Unmündigkeit hinzuweisen. Aber man könnte es auch ins Gegenteil wenden. Nun kann endlich jeder fotografieren. Aus Lust und Laune. Der Amateur wird geboren. Auch dem doppelten Boden von den IBM-Serverräumen haftet ja so eine Kubricksche, ich weiß nicht, ein Kubrickschers Unbehagen an. So hinter dieser glatten, weißen Fassade ist eine Unterwelt voller Kabelkäfer und dergleichen. Aber wer kleine Kinder oder andere erratisch handelnde Wesen in der Nähe von Kabeln beobachtet, findet vielleicht das Verbergen von kritischer Infrastruktur durch unbefugten Zugriff vielleicht doch ganz gut. Aber natürlich vorausgesetzt, dass es noch Wartungsklappen gibt und die von uns Technikerinnen und Technikern sich gut öffnen lassen und eben noch nicht verschweißt, verlötet oder heiß verklebt sind. In diesem Sinne freut es mich nun, dass wir gemeinsam mit allen Vortragenden, allen Workshopleitern und natürlich auch mit einer entsprechenden Diskussion im Publikum also auf die offene Schweißnaht blicken, an der die idealisierte Welt der Technik noch nicht ganz mit dem harten Boden der Realität verbunden ist. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Applaus